hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf der jagd nach dem ticket und heute spiel yukai tamara werden wir mal gleich starten und der kleine ist ja gestern schon dann gleich mal anfangen was für spiel kommt noch alles hier nachrichten fast zurück ok 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 NAT start NAT level 40 oh level 40 war ich schon hm habe ich nicht levelrush ist doch das die Buchstaben jetzt da sind irgendwie konnte man die ausschalten mit einer Taste also das das ist ist das ist das ist das 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 ist das So. Oh, yeah, character. ja das ist ja das level up trom da ist trom 58 bin ich noch nicht da muss man immer aufpassen 5 7 8 8 9 9 12 14 Ich werde angegriffen. Ich werde die Karte geben. Hier Das war's für heute. Also die Grafik finde ich ganz gut. Mir gefällt die Grafik. Ich mag sowieso so Manga-Style. Finde ich mal schön. So jetzt kann da erstmal ein bisschen kämpfen und ich kann jetzt hier mein Gear mal ausbauen. Mehr war nicht? Na dann ist alles gut. Was ist da noch? Jetzt kann ich hier mein Gear ausbauen. Also diese komischen Dinger hier sind immer fürs Gear. Alles besiegt, Quest abgeben. 65? Nein noch nicht. Da ist wieder auf 100.000 Münzen. Das war's für heute. Zack, 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 fliegt dann jetzt zurück. Und ist, ist, ist. Na. Müsst mal ne freie Quest abgeben. Da. Ja. Bin ich schon fertig? Na. Da. Ich bin schon fertig. Schon gewundert. Ich mache nochmal schnell hier meine Tasche. Och ne, ich habe doch alles aufgestellt und jetzt muss ich die loswerden. Die Kopfstückteil Ich hatte Schwert Das sieht mir aber nicht aus wie ein Schwert So, dann haben wir das auch geschafft Und Mein Maut Muss auch aufleveln Noch ein bisschen Geht nichts Oh, der sieht cool aus Ein Flugtier Das finde ich noch cool Feuer Na gut Ich bin jetzt erstmal fertig Gebe nochmal schnell die Quest hier ab Wird da auch noch eine Quest zum abgeben? Ach ne das Der Raid wahrscheinlich Ab Level 70 Gehen wir hier nochmal kurz rein Die schönen Schuhe So, das war's dann Ich hoffe ihr hattet Spaß gehabt Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video seid Bis dahin Viel Spaß und auf Wiedersehen Es ist schön Ich bin jetzt